Ah, hier ist ein Rocketman! Ich bin ein Fan von Rocketman! Jetzt müssen wir das doch schaffen, ey! Ich war so gut! Und dann habe ich mich abblecken lassen von diesem Bier! Kein Bier vor vier, aber danach richtig. Schaffen wir es so? Na, nicht ganz. Wir hätten es fast komplett im Fliegen geschafft! Aber nur fast. Aussteigen, hinrennen. Einen letzten Mal von mir! Prostatan! Der war gut! Das ist echt wendig, das Ding. Aber der ist zu wendig, das ist das Problem. Du meinst, du kriegst so eine Mission hin? Ja, ja. Ich meine, wie geht dieser Part eigentlich schon? Ich war vorher so konzentriert. Und auf dem richtigen Level genau. Bis ich kam. Bis du kamst. Das ist aber echt sehr komisch zum Fliegen. Wenn wir die jetzt noch bestehen, haben wir heute drei Flugmissionen gepackt. Was ist das denn? Was ist das denn? Oder? Bisschen höher? Bisschen runter, oder? Höher! Höher! Höher? Der hatte ja klappt 14 Wochen. Jetzt! So ist gut. So ist gut. Bisschen weiter runter, perfekt! Bisschen weiter runter, perfekt! Fliege bissel weiter, ne? Da! NEIN! Was war das? Das war ja... Das war ja ultra knapp. Das kann man wieder vergessen. Keine Lust mehr auf die... Scheiße. Das war jetzt echt knapp. Hm. Wenn die aber aufräumen. Das kann man vergessen. Sehr klar, so ein Düsenchat ist viel, viel schneller. Du kannst Düsenchat ist Flugzeug. Trotzdem hat es Düsen. Gleich unten lang. Wir machen gleich die Polizeimission. Wir wären jetzt zwar ein bisschen rangekommen, aber... Runter. Keine Lust mehr, ey. Warte, du kannst abspringen. Wir haben einen Fallschirm. Gut. Und... Also, Mamo, die Polizei... Polizeimission. Mal keine Faxen jetzt, Mensch. Wir haben keine Zeit mehr. Ach so. Ach so. Genau. Wo ist denn die? Da vorne? Ja. Weiter fahren. Und dann... In den Restaurant. Weiter. Hier? Ja, genau. Und jetzt links. Links! Und Basketball. Und Basketball. Was war das denn jetzt? Und was? Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, ne? Nee. Geil, Alter. Voll geil. Also raus da jetzt. Jetzt. Ohohoho. Scheiße. Der steckt drin. Nein! Was machst du denn? Geht nicht. Ähm. Scheiße. Wir haben auch ein Problem. Basketball. Was machen wir jetzt? Ah, das geht so. Der steckt drin. Das gibt drin. Das müsste man eigentlich als Sample nehmen. Ja. Eigentlich ist das lustig. Nee. Warum backt das jetzt so? Was machen wir jetzt? Guck mal, nach Cheats. Selbstmord. Nee, nee, nicht. Selbstmord. Was dann? Ähm. Wenn wir... Guck einfach mal nach Cheats. Und wir cheaten uns jetzt einen Lastwagen. Und dann... Dann müssen wir mal... Cheats für GTA San Andreas. Geht doch gar nicht. Cheats für GTA San Andreas. Ja. Heißt doch keine Playstation 2. Mogelpower. Geht nicht. Akku voll. Cool. Gigagames. Ja, jetzt komm, was ist hier mit Cheats? Ich muss erst eine Werbung wegklicken. Das ist aber nicht PC. Nee. Spiele-Tipps. Haramed Franz und guck mit Joamer22. Ricculationieren. Hänen. Ka-Kileker jenen Augen Enlighten. So, lasant. Hier. виú. Lass das nur den Papa machen, der Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen. Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen. Samson WLAN ab, ab da an, wo es nicht raus ist. Höhlenmaschine, Sturmwaffe. Ja, Sturmwaffe. Was ist Lara Croft? Ein kühles Rad, Leute. Geil. Und das bei Mark Coxie, besser geht's ja gar nicht. Tja. Oha, der hat uns jetzt was in den Bauch gegeben. Und der hat sich was in die Fresse gegeben. Aber nicht mit dem Auto hinfahren. Wir haben schon wieder eine Flugmission, die wir nicht gemacht haben. Ja, melde dich mal bitte an. Ich kann es mit dem Passwort immer noch nicht. Willst du mit SPN? Oha. Ich will einfach mal SPN. Killen. GTA 5, die Trick solltet ihr in GTA 5 kennen. Hübsches Mädel geklärt. Mädel mit Motorrad geklärt. Was ist das? Keine Ahnung. Muss ich mal reingucken. Irgendwas Klickbiting. 400.000 live on two wheels. Cool. Der macht Phlox mit seinem Moped. Wie geil ist das denn? Ja klar, das sind voll beliebt. Die Sachen. Lass mal sehen. Achso, soll er es nicht tun. Ich habe gerade gedacht, den macht der. Ich will auch mal auf so einem Moped. Da. Die Tuss. Ich glaube, die hat er jetzt klar gemacht. Ja. Bringt er einen Zettel. Was ist denn nun mal drauf? Krieg ich mich raus. Krieg ich mich raus. Auf dem Beleg so einen Zahnziger. Alles klar, ich kriege meine scheisse Nummer nicht raus. Hat der immer eine Nummer dabei, oder? Ja. Wie geil ist der Hund? Ach, scheiße. Steht da neben einer geilen Tuss und kriegt seine Nummer nicht raus. Lass weiter angucken. Wir gucken ein Video. Ja, der fährt jetzt weg. Verfolgt er dir, oder? Weiß ich nicht. Scheiß auf den Bili, Mann. Nummer ist wichtiger. Ja. Krieg deine Nummer. Bitte. Bitte. Ich glaube, der Bahn ist rot. Bitte, bitte lass Ruhe sein, Mann. Ich fahr da jetzt so lang nach, bis er sich hier meine Nummer geben. Ja, tatsächlich. So. Warte mal. Oh, please. Jawohl. Im Sente ist momentativ. Tiefer. So ist er, ich ja. Hm. Rechts, rechts. Du fliegst viel zu weit links. Polizei. Scheißdreck. Ich muss sie jetzt killen. Ach, scheiß. Ach, das. Gott, nix. Hesse, äh, Dings. Hinterher. Rocketman. Und weg. Nee. Mit dem Helikopter muss man fliegen. Warte mal, ist ein OTD eigentlich? Ja? Nein. Bleib bei dir, so dränkiger Hurensohn. Ach, fuck. Hesse jam, Hesse jam, Hesse jam. Was ist denn gemacht? Guck mal sowas von Hesse jam. So. Verpackt. Nee, alles gut. Fliegt weiter runter. Wie, wie willst du den kalt machen? Musst du den überhaupt kalt machen? Der fliegt. Fährt der jetzt Auto oder was macht denn der? Nee, der fliegt da. Ja, ich kann nicht. Nein, nein, genau jetzt. Smart Mädel, komm. Oh, oh, da ist wieder diese Abschussbasis. Oh, warum fliegt der da auch drüber? Weil er blöd ist. Der ist ja vom FBI. Toll. Jetzt wird's eh spannend. Oh, ja, jetzt müssen wir Platz wechseln. Ich hab da keine Lust auf. Kommt bestimmt gut rüber. Ach, geil. Hey, du wärst hübsch. Also flieg zum Ding, ich mach das. Okay. Hey, lass mal. Ich würd sagen, das war's mit dem Video. Das war jetzt cool, ne? Was ist denn hier? Das schaffst du. Du bist ein Bro. Du weißt, du musst um die Militärbasis rumfliegen. Ah, was? Ich würd. Ich würd nicht. Ich würd nicht. Ich würd nicht. Ich würd nicht. Ja, cool. Der hat auf jeden Fall eine TUS klargemacht, ne? Mit dem Moped. Wo hat der die GoPro oder die Kamera versteckt? Hm? Dass man das so gut sehen konnte. Wer hat der nicht versteckt? Ja, wo hat der sie platziert? Ja, seinen Helm. So wie du, oder? Ja. Sieht immer so aus wie so ein Vogelprofessor. Also, Mr. Bochy. Ich mach das. Du bist der Mr. Bochy. Alter, der ist ein Megasprung. Du bist der Mr. Bochy, gell? Springen wir mal? Vielen Dank für das Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.